Herzlich Willkommen zur ersten Pressing-Konferenz nach der Sommerpause. Heute zum Landesmokal, FSR Landesmokal Sachsen-Anhalt. Erste Runde, erster Fußballklub Weißenfels gegen den ersten Fußballklub Bitterfeld-Wolfen. Halbzeitstand 2 zu 0, Endstand 5 zu 1. Für alle vielleicht ein bisschen Überraschung von der Höhe her, aber letzten Endes, das ist ein Sieg, der in Ordnung geht vielleicht 1-2 Tore zu hoch oder Bitterfeld 1-2 Tore zu wenig geschossen, aber da können wir gleich noch drüber diskutieren. Torschützen 3x7 Kügler wieder, dann Nico Gleick-Göll und Toni Kronowit hat noch einen Elfmeter verwandelt. Robert Römer habe ich als Torschützen alles gemacht. Ja, das ist korrekt. Gelb-Rodokate dann noch für den 15er, also für Nico Höldling. War die so weit oder so? Ich habe es nicht gesehen, ich habe auch, das war zu weit weg. Aber wir nehmen sowas hin, im Prinzip, ich denke mal, der Schiedsrichter war nicht unbedingt der schlechteste. Und von daher, da ist ja der Beste, was er schlugt. Ja, bitte. Danke. Erstmal natürlich Glückwunsch an Mike, seine Truppe. Im Großen und Ganzen natürlich verdient der Erfolg, da brauchen wir auch nicht lange drum herumheben. Was wir uns allerdings vorher noch haben, wenn man beachtet, dass wir mit einer relativ jungen Truppe, wir nehmen unseren Co-Trainer mit 41 aus, mit einer relativ jungen Truppe angedreht sind. Das heißt, drei eigentliche mit 19 Jahren und zwei Mann aus der zweiten. Finde ich, haben wir uns recht gut aus der Affäre gezogen. Wenn man auch beachtet, dass die ersten beiden drohen natürlich, dass wir die selber machen, ja sprich den Elfmeter. Und dann eigentlich unser Keim Müller, der den Ball eigentlich schon hat, den aus der Fahrendzone rausschlagen muss, dann passiert das zweite auch nicht. Dazu kommt natürlich die Chance von Niko Nitschewa alleine, von Christian Bölbe zuläuft. Wenn wir den machen, geht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber aufgrund der Spielanteile und auch der Wichtung der Chancen, gerade in der zweiten Halbte, natürlich absolut verdient. Ich sehe es ähnlich, vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. David Daniel, Mike? Ja, auch vom Gefühl her sehe ich das ähnlich, vielleicht das eine oder andere Tor zu hoch. Für uns ist es natürlich erstmal toll, dass wir so gestart sind in die Saison mit dem ersten Pflichtspiel. Grundsätzlich waren wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Ich glaube, die Mannschaft selber auch nicht. Wir saßen in der Halbzeit nach der zweiten Zeit, aber es war einfach das Gefühl, dass wir zu viele einfache Fehler gemacht haben. Der Gegner hat uns kommen lassen. Das haben wir vielleicht sogar auch gewusst. Und es waren zu einfache Sachen, zu unnötige Fehlpässe, wo wir immer wieder ein Gegen eingeladen haben, auch zu Torchancen. Ich glaube, dann müssen wir wieder grundsätzlich arbeiten, das zu verbessern. Über 90 Minuten waren wir, glaube ich, immer die aktivere Mannschaft und ich denke, wir hatten auch ein deutliches Chancenplus. Aber ich denke, auch die Spieler können das schon richtig einschätzen und richtig einordnen, dass wir auf jeden Fall Stärkungspotenzial haben. Zweitens hat uns das ganz klar besser gefallen. Da waren wir auch viel Städlinger in unserer Aktion und haben da wirklich die Tore schön herausgespielt. Aber wir haben noch schon viel Arbeit vor uns. Das hat man schon gesehen. Der Gegner hat sicherlich dezimiert, weil da hat der ein oder andere Spieler gefehlt. Das muss man auch einordnen können. Aber auch bei uns haben fünf Spieler gefehlt heute. Also wir waren jetzt auch noch nicht mit der vollen Kapelle heute, aber sind mit der vollen Kapelle angetreten. Ich bin zuversichtlich jetzt. Ich freue mich auf die nächste Trainingswoche. Und wir wollen da sicherlich das Positiv herausnehmen aus dem Spiel. Aber wollen auch gerade an den Themen arbeiten, die wir heute gemacht haben. Das war eigentlich manchmal ein bisschen Atemraum da ist, was wir da im Gründen haben und da ein bisschen eingeladen haben. Das ist das, was ich meine. Ich denke, wir brauchen manchmal einfach mehr die Geduld, auch Anzug vorzubereiten. Und manchmal ist einfach auch eine Konzentrationsfrage. Wenn man dann halt, wie jetzt bei dem Einball, wo der Gegner so schnell mal alleine zurückgeht, wo man den kompletten Fußrand spielt ohne Not, das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Dann lebt man da nur einen zurück. Und Bitterfeld war grundsätzlich sehr eingestellt. Also haben wir uns angegriffen ab der Mittellinie. Da könnte das Spiel auch anders ausgehen. Das müssen wir einfach auch einschätzen. Wie gesagt, ich denke, wir werden das nächste Mal mal auswerten. Ja, eure Ziele? Denk ich mal im Klassenerhalt? Ja, wir haben uns ja vorhin unterhalten, dass es ähnlich läuft für hier, dass man auf Spieler setzen möchte, die jung sind aus der Regierung. Und das machen wir natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver, weil uns auch ein paar verlassen haben, die nicht damit gerechnet haben. Und wie gesagt, fünf aus der A-Jugend, die zu uns geschlossen sind, dann aktuell aufgrund der Verletzungsmiserie noch zwei aus der Zwoten. Ganz klar, das Ziel ist der Klassenerhalt. Und darauf fokussieren wir uns. Das wird die Arbeit sein, die wir leisten müssen im Training. Wir nehmen das heute mit. Wie gesagt, das war ein verdienter Erfolg für Beißenfels. Wir nehmen das aber mit als Testspiel. Und haben uns da aus unserer Sicht, das, was wir uns vorhin genommen haben, trotz des klaren Ergebnisses auch das erarbeitet, was wir uns erarbeiten wollten. Trotzdem bleibt es natürlich der Klassenerhalt, bleibt Ziel. Und es soll auch zur Halbserie so aussehen, dass wir uns dann noch bei zwei Positionen verstärken. Und dann sind natürlich die verletzten Spieler dann zum zweiten Halbschall dann wir uns verfügen. Ja, so langwierig ist das ja. Ja, einer mit Kreuzbandriss, Michael Kola, das ist natürlich... Ja, ich auch. Aber ich bin fast 36, also auf mich muss man nicht mehr warten. Aber Michael Kola, glaube ich, am besten ist ein Verbandsliga-Spieler. Der hat sich vor zwei Wochen ins Kreuzband gerissen, oder vor einer Woche. Meniskus noch kaputt und war ein Beinköpfchen kaputt. Da muss man auch gucken, der wird dann erst im März zurückschauen und dann auch einen Neuzugang, der hat sich jetzt in Tüchel gebrochen. Ja, und wenn man mit 15 Mann die Saison startet, da haben wir auch nicht nur Mannschaftsintern, sondern auch im Verein noch Bedarf. Aber das klare Ziel, das wir verfolgen, ist die Jugend einzubauen und natürlich auch die Neuverpflichtung, die wir tätigen wollen, aus dem Regionalumfeld zu holen, also aus dem Landkreis. Ich finde das eigentlich auch immer den sympathischen Weg, im Prinzip, dass wir das auch gemacht haben, den Schlussstrich einfach mal gezogen haben, was das auch manchmal nebenbei auch für Kosten zu tun. Irgendwas, wie man sagt, 7 oder 6. Liga gleich, und es muss auch irgendwann noch Grenzen geben, im Prinzip. Und wenn da mehrere Vereine dann auch sagen, hey, das ist so verkehrt auch nicht. Ich denke, wenn wir dann auch die sympathischen Fußball- und sagen können, wir können nur noch mal Leute ins Stadion ziehen, weil sie macht sich zuschauen mit. Bei uns sind nur viele Sponsoren, die in den Söl reinkommen, also gut 100 Leute, mehr waren es ja mit. Ja, das ist schön im ärgerlichen Prinzip, wo wir haben auch nicht mehr gekommen, bei der Einstellung ist, das ist schon ärgerlich, wir haben im Staffel da auch drüber gewählt, dass uns die Zuschauer wegkriegen, aber aus verschiedenen Gründen. Dritte Liga, jedes Spiel im Fernsehen und so, ja, und das wirkt auch schon nach, ja, das ist schon ein ärgerlich im Fernsehen. Und das haben, denke ich mal, deine Jungs nicht verdient, und uns auch nicht. Hier, dass unsere Zuschauer, ja manche auch, man kann also drüber wegschlafen, aber es kommt denen auch nichts Neues nach, weil die Leute alle nur Erfolge sehen wollen, das kriegen sie vorgelegt im Fernsehen, ja, und das ist alles ärgerlich. Da wird, denke ich mal, die Arbeit, die ihr und wir und auch die anderen Mannschaften in der Verband zum Landesleger leisten, nicht immer durch den Mannschaften, das ist wirklich schade. Das müssen alle vereinten, alle kämpfen, sehen wir uns so, nicht anders sehen wir uns den Zuschauer. Aber ich ist ja noch nicht, ihr seid ja auch kompakt mit Sanderson, auch mit Dahlheim und so, alles auf jeden Fall, in diesem Grund sind da, ja, da ist ja auch das Personal und die Leute, die Fußball sind ja noch eh mal da. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Wir haben noch eh in den Rivalen, aber das reicht uns auch schon, dann sage ich da nicht dazu, glaube ich. So, und, ja, gegen wen nächste Woche erstes Spiel? Dann fahren wir noch mehr so zur Rivo, ja. Das ist natürlich gleich eine Standortbestimmung, ja? Kann, kann es werden, ja, dann gehen wir zwei aus dem Urlaub zurück, zwei Standspieler, das macht ein bisschen Mut, aber auch da fahren wir nicht unbedingt ein, zwei Leute hin. Ja, wie gesagt, maximaler Folge von mir aus schon mal erwünscht. Da wird uns jetzt gegen Zerbst nächste Woche, ja, da sollten wir sich nicht für der letzten Runde leiten lassen, wenn wir 6-0 dort jemanden haben, 4 zu 1 zu Hause. Neue Runde, neues Glück, ja, und wir sollen die Leute nicht unterschätzen, oder? Absolut. Natürlich, wir werden an uns gucken, wir wissen, dass Zerbst, die nicht hierher kommen, die wollen sich sicherlich nicht abschließen lassen, die haben was gut zu machen und die kommen großsätzlich für ihren Gegner. Ich glaube, wir haben so viel Qualitätsstärke im eigenen Kader, das müssen wir jetzt optimieren. Daran werden wir mal arbeiten und da bin ich auch zuversichtlich. Da haben wir jetzt sehen, das wollen wir auch ein paar Klägeres haben, ne? Dem, ne, wo wir was machen können. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz vor, Treddy, ne, ich wünsche euch auch alles Gute. Man kennt sich ja auch immer jetzt über die Jahre und ich finde das sehr sympathisch, diesen Weg, und ich weiß, das hängt immer viel am Erfolg und Misserfolg, ne? Ich glaube, dieser Weg ist immer alles sehr sympathisch und positiv, aber sobald man dann doch mal verliert, und dann kommt dann die Stimme bei mir raus und dann heißt es, was macht ihr denn hier? Von der wünsche ich, dass er trotz all dem irgendwo auch diesen Erfolg hat, dass er den Weg auch plattwichtig gestehen könnte, ne? Ja, das reicht natürlich. Wenn er den ähnlichen Weg geht, bei euch sicherlich nach oben in der Liga, man weiß es nicht, in den anderen Jahren war es relativ schwierig, vielleicht klappt es dieses Jahr. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann nächstes Jahr an Verbandsliga begonnen haben. Das wäre auch ein Problem. Wie ihr sagt, aber das ist schon mal eine Träne mit der Verdrücker als IT-Team, das wäre ja schon mal was wert, als man zu verbrücken hat. Ja, das glaube ich. Ja, an der Verbandsliga. So, jemand eine Frage oder einen Hinweis oder so? Im Herzen. So, dann danke ich an den Beteiligten. Ich auch, ich. Hoffentlich ist es so gut für die Messe. Viel Spaß, vielen Dank. Großartige Trucke und maximale Erfolge für euch. Danke. Bye.